Du findest Raketen den Pfiff aus Autos genauso geil wie Fußball? Dann ist Rocket League das beste Spiel, wofür du dein Geld ausgeben kannst. Es gibt Events! Alle paar Monate. Mit semi-geilo Items. Blueprints! Welche du bezahlen musst, um das Item zu bekommen. Über 30 geilo Autos! Die du auftunen kannst. Außer du hast keine Items. Also heul doch! Nervige Motorgeräusche. Damit du deine Gegner zum Wedge Crit zwickst. Laute nervige Boasts. Mit gleichem Effekt. Räder! Mal animiert, mal nicht. Trotzdem eventuell schlecht für deine Augen. Mega billige Kopfbedeckungen, die Eno-Spieler in Bronze tragen. Antennen, die dir die Sichtbrauen. Aber keine Sorge. Es gibt auch Banner und Rahmen. Wenn du deine Levelaufstiege erreichst. Für jeden ist was dabei. Casual Spielmodi. Gegen Casual Spieler. Casual Modi, aber in Ranked. Was? Fußball kann auch mal langweilig werden? Keine Panik. Wir haben Basketball. Hockey. Einen Random Modus mit Random Items. Wow. Einen anderen Random Modus. Wo du Löcher machst. Aber keine Panik. Nur der Ball fällt rein. Das Beste daran. Es ist auch Ranked. Du spielst so viel Ranked. Aber gewinnst kaum. Kopiere den Trainingsmodus. Da gibt es super tolle Übungen für Noobs und normale Menschen. Du bist es leid von normalen Menschen wegen deinem Aussehen gedisst zu werden. Ja? Okay, nutze den Item Shop jetzt und kauf dir ein Makeover. Deine Gegner werden geblendet sein. Wow. Okay, nun denkst du wahrscheinlich, wird das nicht langweilig von Zeit zu Zeit? Vielleicht. Aber wir haben einen Season Pass. Wow. So wie alle anderen Battle Royale Spiele auch. Ist das nicht geil? Das ist Epic Games. Das ist Rocket League. Es gibt auch eSports.